Freitag heißt Fun Facts mit Simon. Heute Fun Facts über den ABB Messestand. So einen Messestand zu errichten ist ganz schön viel Aufwand. Für die Light and Building wird ABB Buschjäger auf 2250 Quadratmetern 243 Meter Wände aufstellen. Der Stand wird circa acht Meter hoch sein und einen Highlight-Bereich haben, also alles was ausgeleuchtet ist, von 315 Quadratmetern. Und da sich unsere Gäste natürlich auch mal hinsetzen möchten, haben wir 160 Sitzplätze. Wenn das alles aufgestellt und aufgebaut ist, dann kann es auch schon losgehen.